Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Gartenwirtschaft. Ich wollte mir jetzt mal ganz kurz ein, zwei Minuten nehmen, um euch mal kurz zu erzählen, worum es eigentlich auf meinem Kanal geht. Also wie es der Name ja schon verrät, Gartenwirtschaft, geht es natürlich hier um Garten, um einen Hobbygarten. Wir haben ungefähr 100 bis 120 Meter, also Quadratmeter, Anbaufläche plus noch ein relativ großes Grundstück zum Mähen. Das heißt es geht hier um Gemüseanbau, Anbautipps, meine Anbaugeschichten, es geht um Produkte, Technik, weiß weiß ich nicht und um viele andere Sachen. Es wird hier garantiert spannend bleiben, ich versuche fast jede Woche ein Video hochzuladen. Das erstmal dazu worum es hier eigentlich geht. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, wenn ihr wirklich jede Folge sehen wollt, dann abonniert doch jetzt den Kanal, das Ganze ist kostenlos. Ansonsten gebt unter dem Video einen Daumen hoch, das ist für mich immer ein recht gutes Feedback, damit es euch auch gefallen hat. Für die, die jetzt schon ein bisschen länger meinen Kanal kennen, werden sicherlich schon gemerkt haben, Mensch, es gab doch schon mal so einen Kanaltrailer. Ja, ich weiß, es hat mir aber selber nicht gefallen, deshalb mache ich jetzt nochmal den und es ist außerdem auch viel schöneres Wetter als damals. Also das ist jetzt nur eine Minute 20 lang gewesen, kurz darum, um was es geht. Bei Fragen oder so könnt ihr mir eine Mail schreiben an die jetzt eingeblendete Mailadresse, beziehungsweise schreibt was in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Durchstöber meiner Videos. Wir sehen uns jetzt vielleicht garantiert im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.